Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unsere Weho-Woche mit mir und Bolias. Hallöchen! Ja, Moisen zusammen! Geil! Ich hätte dich eigentlich heute vorstellen dürfen als wärmeempfindlicher Gartenarbeitsgaming-Ala. Das ist ja so ein bisschen der Gemütszustand aktuell. Es ist sehr warm, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, man freut sich ja immer so, ja, als Deutscher sowieso, übers Wetter meckern, übers Wetter reden. Geile Sache, ja, das kennt man von jedem Friseurbesuch. Und mittlerweile ist es so warm, dass man es gar nicht mehr merkt. Es muss einem wirklich ab und zu gesagt werden, sonst vergisst man das. Und dann stirbt man instant, Allah, weil man sich zu viel bewegt oder aus Versehen mit den Fingern schnippst und dadurch dann diese ganze Hitze-Luft explodiert oder so. Es ist wirklich räudig. Es ist echt krank im Moment. Du hast eben, ja, mit viel Bewegung, da wollte ich jetzt kurz drauf eingehen. Ja, ja, meine ich, genau. Ja, ich bin heute Morgen um 8 Uhr aus dem Haus und habe Gartenerweiten erledigt. Ich habe Muskelkater, Leute. Ich habe jetzt Muskelkater. Das ist so ätzend. Ich bin auch müde wie Sau von diesem Wetter einfach. Du stehst da in der prallen Sonne, buddelst, machst und tust, kippst dir Wasser hinterher, wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein und ölst einfach erst mal weiter und musst halt auch weiter buddeln. Alter, das war richtig krank. Es klingt wirklich komplett geil. Ja, es war auch geil, weil es waren auch wieder so Aussagen wie, ja, wir müssen jetzt diesen Hügel befreien von Unkraut und Büschen und fast halben Bäumen. Wir haben es einfach nicht gemacht, weil ich Gartenarbeit hasse. Ja. Und dieser Hügel, der dort ist, das ist Bauschutt, der früher auf unserem Grundstück verteilt wurde und darüber wurde Butterboden gelegt. Bauschutt. Und das Haus, ja, Bauschutt, ja, einfach alte Ziegel, Dachplatten und so eine Scheiße. Okay. Und ich, echt, wolltest du auf irgendwas hinaus? Ich habe es jetzt nicht realisiert. Na, Bausch, Schuttmann. Ach so, Bausch. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, es ist ja warm übrigens. Geil. Okay, und als sie das Haus dann aus, ja, die mussten ja Grund irgendwo hinhaben, einen vernünftigen Grund, mussten sie das alles rausbuddeln und das, ja, ist sozusagen unsere Aufgabe, das wegzukriegen. Ja. Und jetzt haben wir jemanden gefunden, das wegholt. Aber, damit er das auch wegholt, muss das vom Grünzeug befreit werden. Und das haben wir heute gemacht. So, mit der Mutter von Anni. Und Annis Mutter hat dann gesagt, als wir fertig waren, ja, wenn du schon die Sachen in der Hand hast, dann mach mir doch mal das frei. Und das könntest du auch noch frei machen. Und hier, da bitte auch noch. Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Und dann war es 11 Uhr, habe ich gesagt, so, Mittagssonne, ich bin jetzt weg. Tschüss. Sehr gut. Hab alles mitgenommen, eingeräumt. War geil. Nee, keinen Bock mehr gehabt, Alter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben zu dem Thema direkt eine Zuschauerfrage von definitiv nicht Bahnfahrer. Und der hat gefragt, was du noch für Dinge in der Hand hattest und was du noch so frei gemacht hast. Mann, ey. Ja. Das sind immer Leute, die das schreiben. Das sind ganz komische Leute. Das ist, wie redest du über unsere Raidleitung? Aber, ja, tatsächlich sind manchmal einige sehr seltsame Fragen dabei. Das ist höchst mysteriös tatsächlich. Ja, liebe Leute, wir sind nämlich die Woche auch ohne Rocktour unterwegs gewesen. Der gute Mann ist unterwegs, also er fährt wirklich mit Zügen einfach nur hin und her und macht da verschiedene Tests und so weiter. So wie Harald Schmidt damals in seiner Show. Großartig. Und, ja, das als Infoflash dazu. Wir waren immer noch bei Erde. Was macht denn jemand, der wirklich so die Erde holt? Verkauft er die weiter? Hat der einen Baumarkt und füllt das dann in Plastetüten und vertickt das? Oder was macht so jemand? Du meinst jetzt Erde holen. Ja, oder das Zeug halt alles wegholen. Keine Ahnung, von Schutt bis Erde. Zum Beispiel diesen Schutthaufen hätten jetzt zum Beispiel unsere Bauern noch nicht alle Wege befestigt gehabt und so weiter und so fort. Dann hätte man das zum Beispiel als, ja, nutzen können, um diese Wege aufzuschütten. So was macht man damit, krass, okay. Ja, das kannst du damit auf jeden Fall nutzen. Das Problem ist halt, dass da Bauschutt drin ist. Wenn du jetzt zum Beispiel nur Mutterboden hast, also einfach nur reine Erde, dann kannst du das halt auch nutzen für deinen Garten dann später und so weiter und so fort. Ah gut, das stimmt. Das wird dann weiterverarbeitet. Auch dieser Bauschutt, der kann auch weiterverarbeitet werden. Du kannst ja den zerkleinern oder so und dann als Füllmaterial für, was weiß ich, keine Ahnung nutzen, Terrassen oder sowas da unterschütten, bevor die Platten halt kommen und so weiter. Ja, der Bauschutt-hassende Zerhacker-Alter, man kennt ihn sehr genau. Ich erinnere mich an ein sehr müßliches Gespräch mit meiner Oma, wo es auch um Böden ging und meine Oma macht halt den ganzen Tag auch so Pflanzenkram. Die ist jetzt auch draußen, springt in den Pool und macht dann irgendwas im Garten. Das ist komplett heftig. Und er hat sie auch gemeint, so richtig Mutterboden, richtig gute Erde, ist auch mega teuer mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die Erdpreise steigen oder so. Ich habe absolut keine Ahnung von solchen botanischen Geschichten. Es gibt einfach keinen guten Mutterboden mehr, so wirklich. Danke Activision an dieser Stelle, würde ich sagen. So. Activision hat den Mutterboden zerstört. Ey, raste aus. Ey, raste aus. Ja, der klassische Mutterboden, der war halt besser früher. Ja, der war auch schwerer, der hatte noch mehr Kilo und so weiter. Aber sag, das ist... Ah, ich hasse es. Junge, ich hasse es. Ja, es ist warm, liebe Leute. Und da hilft es auch nicht, Weltkriegs zu machen, wo man ein riesiger Frosch ist, Alter, und alle mit seiner immensen Zunge peinigst. Es ist immer noch warm, Mann. Es ist wirklich nicht schön. Es ist nicht schön. Vergessen hättest du es jetzt nicht noch erwähnt. Ich meine, dann vergisst du das, dann steht man auf und sofort Hitschlag. Guter Freund von mir, auch im McDonalds gewesen, Alter. Erstmal komplett Hitschlag. Einfach vermutlich, weiß ich nicht, da staut sich auch die Wärme, ganz schön Maschinen und so weiter. Und dann musst du dann nach Hause fahren. Da hat sich auch gesagt, geiler Tag. Junge, bam, richtig schön. Wollte ich einen Milchshake holen, ne? Liegst du im McDonalds, Alter. Super. Hast du erst mal 300 andere Krankheiten, weil du mit dem Kopf den Boden berührt hast. Hast du erst mal Milchshake-Aids oder so. Und dann, also es ist auch nicht schön, Freunde. Hydriert euch, liebe Leute. Hydriert euch, trinkt genug und vermeidet Hitschläge und Bewegungen. Und wenn dieser Part oben ist, dann ist es ja Sonntagmorgen. Hoffe ich. Sonntag habe ich nämlich einiges durcheinander gebracht. Es ist nämlich sehr warm, liebe Leute. Und ich hoffe, da ist es schon vorbei. Es sollte ja jetzt schon runterkühlen. Das runterkühlen war ja von 40 auf 32 Grad oder so. Wo ich so sage, wollt ihr mich komplett verarschen? Ich hoffe, wir können wieder leben, Alain. Wir können wieder leben. Ich war ja, also bei uns sind es jetzt auch so um die 31 Grad gerade. Ja. Ich war ja in Usbekistan. Ja. Und da hatten wir tagsüber um die 50 bis 55 Grad zwischendurch mal, wenn die Sonne richtig geballert hat. Ja. Auf der Platte und so weiter und so fort. Wir mussten ja auch auf der Platte dann uns Klamotten anziehen, weil das so hart gespiegelt hat, die Sonne reflektiert und so weiter, dass du da gar nicht oberkörperfrei arbeiten konntest und so weiter. Efter. Weil du einfach verbrannt bist, so komplett. Und dann hattest du abends einen Pulli an, weil du gefroren hast bei 25 Grad. Wow. Ja, krass, wie sich das so verschiebt. Und das kommt jetzt zu Deutschland, ne? Wahrnehmung auch. Ja, danke. Danke, Alter. Wir sind zwar mit 25 Grad, ne Pulli und freut uns darüber, dass es endlich kalt geworden ist. Kann da die Bundeswehr nicht auch irgendwie, keine Ahnung, mit Regenpulver oder so? Oder einfach mal in die Luft schießen und die Luft zurückdrängen oder so? Das darf ich jetzt nicht sagen. Ja, okay. Was denkst du denn? So ein Geheimprojekt. Das ist wieder auch. Toll. Brisantes Thema und wir dürfen wieder nicht drüber sprechen, Freude. Das ist diese Zensurwelle. Das ist diese Artikel 13, ist in der Klimadebatte schon in den Köpfen verankert. Es ist nur noch sehr, sehr sad. Aber ja, auch immer, wenn Leute im Stream so erzählen, hatten wir letztens zwei interessante Positionen. Zum einen natürlich unsere Handwerker. Ja, wir sind ja mittlerweile eine durchwachsende, eine große, eine schöne und ansehnliche Community. Ja, und da hatten wir natürlich auch viele Handwerker und den einen oder anderen Lieferanten, der in unklimatisierten Autos unterwegs ist den ganzen Tag und so weiter. Ja, wo ich so gesagt habe, naja, die Handwerker haben es ja ein bisschen schlechter noch, weil die ganzen Pizzaboten und DHL und Hermes und sonst was Fahrer, die haben ja ein klimatisiertes Auto. Ja, da kam auf einmal lautes Lachen. Das war so einer schönen Traumwelt. Ich lebe. Also, es gibt ja gearschte Berufsgruppen bei diesem Wetter und unter den gearschten Berufsgruppen gibt es nochmal ein paar richtig gearschte. Ja, ich könnte das auch gar nicht. Ich würde da komplett kaputt gehen. Deswegen auch hier nochmal Props an alle, die da irgendwie in der Hitze stehen müssen, irgendwelchen Betongießen oder irgendwelche Dächerdecken oder irgendwas. Also, könnte ich nicht. Deswegen danke an diese Leute, die unser System in welcher Art auch immer aufrechterhalten und sich da zu Tode schuften in meinen Augen und das durchziehen, finde ich enorm. Und die andere Seite war, dass dann einige Muttis auch geschrieben haben, die Kinder merken das gar nicht. Und das fand ich mega interessant, weil die Kinder, die haben ja keinen Vergleich. Die lernen jetzt diesen Sommer so kennen. Ja, nichts mit irgendwie Winterfrüher von wegen kiloweise Pappschnee und Schneemänner bauen und so weiter, weiße Weihnachten am Arsch. Und sagen wir mal mit solchen Temperaturen, die rennen trotzdem rum und spielen und springen und so weiter, bis als Elternteil... Er erinnert sich anders, kennst. Eben, nur dabei irgendwie mit Sonnenmilch hinterher zu rennen und solche Sachen, ja. Also, das ist auch krass. Mit dieser Sprühkarte-Spistole. Ja, ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, und das fand ich auch krass eigentlich, so aus Kindersicht, so nach dem Motto, Kindermund tut Weisheit kund, ab und zu ist das ja so. Die kennen das halt nicht anders, die beschweren sich auch nicht, deswegen, das finde ich einen ganz interessanten Punkt irgendwie. Ja, ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich jetzt abdriften will, ob es jetzt rein was Diskussionswürdiges oder was Philosophisches oder sonst was wird, aber ich fand es einfach mega interessant, davon auszugehen, weiterzudenken und dass man vielleicht auch selber wieder mehr Kind sein sollte und der Hitze sagt, okay, cool, Allah. Es könnte aber auch eine Verschiebung des Seins passieren. Alter. Pass auf, jetzt kommt's. Im Moment ist es ja doch so, und wir kennen es ja alle, wenn die älteren Leute uns ansprechen, dass wir ja nichts mehr gewohnt sind. Ja. Ja, wir sind ja verweichlicht und hast es nicht gesehen. Das stimmt. Wenn die Generation, die jetzt gerade aufwächst und das das nächste Mal hört von ihren Eltern oder von ihrem Opa oder so weiter und so fort, dann sagen sie, ihr seid ja auch nichts gewohnt. Ich bin aufgewachsen mit 35 Grad im Schatten. Was hast du gemacht? Du hast mit 15 schon geschwitzt, Junge. Ey, auf jeden Fall. Toll. Wir sind jetzt Generation so richtig in der Zange, Alter. Das ist... Aber also bei der Formulierung von dir, es könnte eine Verschiebung des Seins stattfinden. Das war mächtig. Es hätte auch Stargate sein können und irgendwie dann so eine Animation, Körper verschoben, Seele weg. Scheiße, ja, ich... Das war krass. Ja, ich lass es lieber. Nee, 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 das war echt krass. Und das ist ja auch eine richtige Ansage so, dass wir als Generation, und ich hab sowieso immer das Gefühl, dass meine Generation jetzt so 90er-mäßig, dass das wirklich immer die Gefickten sind. So da wird experimentieren mit irgendwelchen Impfsachen und neuen Gesetzen und Abiturregelungen und Schulsystemänderungen und hin und her, Alter. Und alles ist... Keine Ahnung. Ich hab mich schon immer gefühlt wie so eine Testgeneration. Und anscheinend ist das jetzt auch weiterhin so. Einfach, komm, wir nehmen mal die Mittel jetzt in die Schere und beschweren uns nicht nur über die Jüngeren und die Älteren, nur die in der Mitte sind eigentlich die Bastarde. Die sind jetzt mal fällig so. Warum nicht? Ja, danke für gar nichts. Wem geben wir da die Schuld ran? Merkel. Merkel ist schuld an der Generation einfach, Alter. So, immer drauf da, Junge, wunderbare Sache. Ja, das dazu. Hätten wir auch noch ein bisschen Merkel-Bashing gehabt, einwandfrei. Da haben wir alles drin hier. Alles drin. Im Grunde, Freunde, heute zwölf Minuten W-Woche und schon wieder Themenbereiche beleuchtet. Es ist wirklich eine einzige Wer-Wert-Millionär-Show, wenn man nur die Anfänge mit dem Gast-Talk zusammenschneidet. Er hatte letztens einen sehr mystischen Traum, wo wir gerade so instinktiv über Wer-Wert-Millionär reden und ich träume bei solchem Wetter wirklich komplett geisteskrank. Also, ganz, ganz schlimme Sachen. Ja, man ist, bei mir ist zumindest so, ich bin immer so im Halbschlaf und rolle dann hin und her, wache mal wieder auf, schwitze ein bisschen, pennen wieder ein und träume dann weiter oder was völlig anderes. Und da hatte ich einen Traum, dass ich einfach bei Wer-Wert-Millionär-Sitze und zwar bei der 32.170-Euro-Frage oder so. Fahre mir nicht, was die Scheiße soll. So, und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme das Geld. Ich weiß nicht mal mehr, was es für eine bescheuerte Frage war. Meinte Günther Jauch, okay, und dann bin ich halt rausgegangen, ja, und dann habe ich festgestellt, als ich dann, weil hinter dem Wer-Wert-Millionär-Studio war direkt ein Bahnhof und als ich in den Zug steigen wollte, fiel mir auf, dass ich meine Schuhe vergessen habe. Ich habe nämlich während der Sendung meine Schuhe ausgezogen und die standen jetzt da unter diesem Tisch rum und die nächste Kandidatin war schon dran und dann war es mir zu peinlich, zurückzugehen und meine Schuhe zu holen. Der ganze Traum drehte sich darum, wie ich jetzt an meine Schuhe wieder rankomme, weil ich ja nicht barfuß Zug fahren kann. So, und also, deute mir diesen Traum bitte. Alter, weil, ja, weiß ich nicht. Vielleicht bist du, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein Weichei, weil du nicht einfach reingestürmst bist und hast, was weiß ich, gerufen, damit du an deine Schuhe kommst. Vielleicht wollte mein Mann mir sagen, ich bin richtig mutig geworden und ich soll immer für meine Schuhe kämpfen, Alter. Immer kämpfen für die Schuhe, Alter. Das ist die feminine Seite in mir. Immer für die Schuhe kämpfen. Alles kaputt machen, was hier im Weg ist. Alles geben. Ja, dann die zweite Traumgeschichte, die jetzt jüngst war, ähm, wer den Part auch mit Redmaster im Feuerkorb gesehen hat, aktuell wart ja immer nur auf den Rechner und auch auf ein paar andere Postsachen, wie eben angesprochen, klar, volles Verständnis, dass auch da Menschen arbeiten und bei der Hitze nicht funktionieren und, äh, das ist beim Rechner so, das ist bei ein paar anderen Sachen so, die aus dem Ausland kommen und irgendwie versandtechnisch ist dieser Monat nicht meiner, sag ich mal, ja. Und da hatte ich irgendwie den Traum, dass mein neuer Rechner gekommen ist und in so eine extra Filiale geliefert wurde, so eine Postfiliale, so ein kleines extra Ding und die Bedienung bestand aus Mitgliedern der Familie Ritter und aus Claudia Roth und das sind jetzt in jeglicher Hinsicht in meinen Augen nicht die fähigsten Mitarbeiter und, äh, keine Ahnung, so mit denen hab ich dann gestritten und die wollten irgendwelche Unterschriften und irgendwelche Stempel, da soll ich irgendeinen Stempel holen, damit ich mein Paket bekomme, so, und ein riesen Streit und ich bin dann aufgewacht und hab mich gefragt, hä, hä, warum ist da jetzt Familie Ritter und wo sind Normans Fische und was macht Claudia Rotha, so, ich find's komplett krank, was das Hören manchmal, weil wenn's Hören auch Matsch ist, bei dem Wetter oder nach Tätigkeit oder sonst was, was da für Scheiße zurechtgeballert wird in so einem Traum, der eigentlich auch irgendwo erholend sein soll oder irgendwas verarbeitet, und da frage ich mich, was da verarbeitet wurde, Alter, weil das ist definitiv nicht gesund, ja. Stell dir mal vor, du hättest da doch einen Stempel in der Hand gehabt, wenn du aufgewacht wirst. was auch, wenn du so in irgendeine Disco reingehst oder so, und du wieder reinkommst, hast du so einen Stempel einfach auf dem Handrücken, Junge, so, Alter. Ja, und der ist dann auf einmal auf deiner Stirn oder so. Und es ist ein riesiger Schwanz, Alter, richtig gut. Sehr schön, will ich nicht wissen, in welchem Club ich da war, aber, ja, also, das sind so meine Traumkaliber, deswegen, liebe Leute, es muss wirklich kühler werden, ja, weil es ist wirklich wichtig, keine Ahnung, und selbst wetterverliebte Leute in meiner Timeline von Stevinio bis zu, ich glaube, mehr habe ich gar nicht, alle hassen den Sommer, aber selbst Stevinio hat letztens gesagt, mir ist es auch zu warm, ja, und das ist immer ein Zeichen, wenn so eigentlich die Sonnenanbeter sagen, es ist wirklich zu warm, dann muss wirklich, keine Ahnung, dann muss es kühler werden. Ja, auch wenn die Leute auf Sommer, stehen, aber jetzt mal ganz im Ernst, diese ganze Schwitzerei und dieses ganze, ich komme in die Bude rein und kriege kaum Luft, weil es einfach so heiß ist hier drin, also jetzt gestern zum Beispiel, war das so halt der Fall, ja, wollte ich wieder raus, das geht doch gar nicht, das kann doch nicht normal sein, ja, das kann doch keiner für schön halten, oder gut finden, also es gibt noch eine Ausnahme, nämlich unseren lieben deutschen Community Manager, beste Grüße gehen raus und der ist ja urlaubsbedingt, auch wegen Fernbeziehungen, die ist das auch in sehr, sehr warmen Ländereien oft unterwegs und der tweetete den Tag tatsächlich auch, oh, heute in Frankreich hier irgendwie auch 35 Grad rum, finde ich super, fühlt sich an wie zweite Heimat und so, weil er eben so oft einfach auch unterwegs und in solchen Gefilden ist, also das fand ich auch ganz interessant, ja, das ist genauso, wie du vorhin eigentlich erzählt hast mit deiner Pullover-Geschichte und so, wie sich dann auch, weiß nicht, was ist das persönliche Wahrnehmung, Temperaturempfinden oder sonst was, auch wirklich so verschieben kann, weil du es natürlich dann auch gewohnt bist mit der Zeit, ja, ja, natürlich, also das, das gibt es natürlich auch, aber abgesehen von solchen Ausnahmefällen kann mir das keiner erzählen, dass das geil ist, um das nur auch nochmal festzuhalten, weil es gibt definitiv auch zu viel, ich weiß das, ich habe gestern in der Heißhungerphase eine ganze Packung Duplos gefressen bei dem Wetter, das war nicht gut, das war wirklich zu viel. Duplos reingeballert, geil. Ja, ich dachte erst, da bin ich auch ganz komisch, ich dachte erst, ich habe weiße am Start, weiße Duplos, noch von Ostern oder so, waren aber nicht weiße und ich hatte halt keinen Bock auf weiße Schokolade und dann waren es halt die normalen Duplos und da konnte ich nicht aufhören, ich konnte nicht aufhören, ich hatte so Bock auf die Duplos, weil ich die ganze Zeit schon dachte, boah, wenn du jetzt die normalen Duplos hättest und nicht die weißen würdest fressen, dann habe ich hingeguckt und dann waren es sie. Bonbons. Bonbons? Tina Schokobom. Ah, ja. Aber ich brauche die weißen. Aber die ist andersrum, okay. Wenn ich die weißen habe, ist die Packung sofort leer. Also das ist dann auch scheißegal, wie ich mich fühle, ob ich satt bin oder nicht, die Packung ist leer, sobald die hier steht. Das ist auch so, gerade bei diesen kleinen Dingern, so von Ferrero Küsschen bis zu Schokobons oder so, diese ganzen kleinen Teile, die du auspackst und die ja nicht sind. Ist ja gar nichts. Da wird ja nicht mal ein Eichhörnchen von satt, wenn es das klauen würde und vergräbt oder so. Also dann eh nicht, aber wenn es das fressen würde. Insofern, das ist ja sowieso ein Mysterium, wenn Leute auch so sagen, oh, heute habe ich mir gegönnt, schönes Gläschen Wein, schöne Wiederholung von Grey's Anatomy und dann habe ich mir schön Ferrero Küsschen gekauft und habe eins gegessen und die Packung wieder zugemacht, wo ich mir denke, ja, außerirdische Leben unter uns. Das habe ich nie verstanden. Das könnte ich gar nicht. Und dann lutschen, deswegen hole ich mir auch lieber nichts, weißt du, weil das einfach weg wäre. Ja. Aber jetzt, wenn zum Beispiel salzige Sachen, Chips oder sowas, wenn ich ein esse, da bin ich so hart angefixt, Alter, dass ich die ganze Zeit esse, bis die Schale, Packung leer ist. Absolut. Oder wie das einfach jemand wegnimmt. Absolut. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, so das rumzureichen. Das Problem ist, wenn du anfängst, etwas rumzureichen, denkt der Nächste, er muss das auch rumreichen. Dann ist es weg. Und behält es nicht. Und dann ist es irgendwann wieder bei mir, weil es die Runde gemacht hat. Und dann stehe ich wieder beim Dilemma von vorhin. Auch alles Kacke, so ein Teufelskreis. So sieht es aus. Darum lernen wir es niemals versuchen. So, Statement. Und wenn dann diese Chipsdose von Pringles leer hast, das du ja auch mal erzählt, dann ziehst du dich in der Regel bis auf die Unterhose aus, nimmst diese Dose in den Mund und schreist dann in die Dose und läufst auf allen Vieren durchs Haus. Das ist dann so eine Art Auffüllschrei. Ich nehme das auch noch mal auf und schicke es dir ja dann immer persönlich. Das wäre halt so krank. Aus Versehen an Cheffi schickt, Alter, wie du mit einer Pringlesdose im Mund schreiend auf allen Vieren wie so ein Gorilla durchs Haus rennst, Junge. Ich glaube, da würde er zu mir herkommen und sagen, Tobi, jetzt verstehe ich dich endlich. Ja, richtig. Wird mir einiges klar. Oder schreibst einfach so, sorry, falsche Nummer und er dann so, nein, absolut richtige Nummer. Das wäre noch schlimmer auf jeden Fall. Das wäre doch schlimmer. Ja, aber um auf diese Ferrero-Küsschen-Nüsschen zurückzukommen, das sind ja die mit dieser Haselnuss in der Mitte, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin. Da gibt es ja echt Leute, die lutschen dieses Ding. Die nehmen das in den Mund und lutschen da eine halbe Stunde dran rum, zerbeißen dann die Nuss und sagen dann, oh, war geil, war ein Erlebnis oder so. Wo ich so denke, was für ein Erlebnis, ist, wenn das ein Erlebnis ist, wie traurig muss denn dein Leben sein? Gib dir, es ist wirklich ein Erlebnis, dass du ein Ferrero-Küsschen lutscht, aber was denn das? Also ganz, mal ganz gerne. Und hier komme ich gerade nicht drauf klar. Ja, eben. Also das sind meistens halt ältere Leute. Ältere Leute, die vielleicht auch schon genug erlebt haben und die froh sind, dass das heute das Erlebnis des Tages war. Aber da habe ich manchmal richtig Angst. Leute essen auch Pralinen, die gefüllt sind mit Alkohol. Ja. So, und vielleicht haben die das auch so gelernt, dass man sich bei Alkohol nicht die ganze Packung direkt reinballert, sondern nach und nach isst. Ah, okay. Dieses Ding, diese Praline auch halb auf isst oder so. Ja. Und danach das nächste. Wegen Alkohol oder so. Vielleicht kommen die halt nicht mehr klar da drauf. Und deswegen, dass sie sich so angewöhnt haben, dass sie dann sagen, no, nutze ich das lieber. Keine Ahnung. Keine Zähne oder so. Pralinen sind quasi Bildung. Es kann auch sein, dass sie einfach keine Zähne mehr haben und das enjoyen müssen und sich das dann schönreden und eigentlich würden sie auch gerne die ganze Packung verletzen. Und dann, und dann ohne Zähne die Nuss kaputtgnübbeln. Oh. Dann ist es auch ein Erlebnis. Oh, hast du überall schön. Nusssplitter im Zahnfleisch stecken, aber richtig geil. Jawohl, komplett blutige Fressung. Ja, das schmeckt aller. Was für ein Erlebnis. Peribert, gib mal noch eins. Aller ist ja geil. Schön. Ja, einwandfrei. So hätten wir dieses Mysterium auch geknackt, einwandfrei. Ja, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema Gartenarbeit, aber halt nur ein bisschen, weil man kann ja auch Nüsse anbauen quasi, wenn man möchte. Oh, und Schokolade auch. Deswegen ist es eben nach wie vor sehr botanisches Thema. Und zur Botanik gehört ja auch Wasser. Und es gibt ja auch News betreffend deinen Schmutzwasserskandal, wo wir letztens noch über außerirdische Bauleiterinnen und Co. geredet haben. Ja. Haben wir jetzt ja einen Lichtblick quasi endlich. Ja. Hey. Also, nur als Info, Leute. Ich habe immer noch keinen Kontakt zu meiner Bauschefin. Damit ihr Bescheid wisst. Also, wir haben das jetzt geklärt. Wir haben, hatte ich das gesagt, wir haben den Bau von der Terrasse und der Einfahrt halt rausnehmen lassen. Ja. Das habe ich in meiner eigenen Ignoranz rausnehmen lassen. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach so, weil ich das Geld brauche für den Bau, für Schmutzwasser, Regenwasser. Und jetzt haben wir noch jemanden erwischt, der auch innerhalb der nächsten zwei höchstens drei Wochen bei uns anfängt. Und dann geht's los. Und wir kriegen sogar noch einen 5000 Liter Tank für, wenn wir hier Garten bewässern wollen und so weiter und so fort. Ja. Und wir sind trotzdem unter dem angegebenen Preis, der der erste gemacht hat. Krass. Richtig geil. Richtig geil, Mann. So, jetzt hoffe ich, jetzt drücke ich mir die Daumen, dass das auch wirklich so wahr wird, was die Leute mir halt sagen, weil darum bin ich jetzt gebrannt magtes Kind. Weil Aussagen, die halt dann auch nicht eingehalten werden. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe. Aber es ist ja erst mal in die richtigen Bahnen gelenkt. Nicht mal das hatten wir ja in den letzten Wochen. Von daher ist es ja jetzt kein Sprint oder so, aber zumindest erst mal wieder, wie sag ich immer, ein Vormarsch in die andere Richtung. Und das ist ja grundsätzlich erst mal was sehr, sehr Schönes. Und dafür sollten wir alle dankbar sein. Ja, sehr schön. Kommen wir von den ärgerlichen und den mehr und minder schönen Sachen des RLs into the game, into the World of Warcraft aller. Und wir haben geradet mit weniger Membern, mit ohne Raidleitung. Ja, und wir sind trotzdem, wir werden kontinuierlich besser, sag ich mal. Also es wird immer schneller. Nach wie vor, wir mussten jetzt noch nicht einmal die Bremse ziehen. Pro ID-Woche schaffen wir an einem Raid-Tag dann immer ein bisschen mehr, beziehungsweise das, wozu wir letztes Mal noch zwei brauchten und so weiter. Machen jetzt auch nur noch Hero. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen. Es gibt zwar nach wie vor richtig Arsch-Made-Tries, die wirklich so reudig sind, weil wir haben ja ab Hero, ich weiß nicht, ob es auf Normen so ist, aber ab Hero echt Bosse, wenn einer verkackt, und da haben wir ja genug Mechaniken, wo du die Gruppe hochkickst oder einsperrst oder was auch immer, wenn einer verkackt, dann ist es einfach Wipe. Und solche Situationen, ich kann damit gar nicht umgehen. So, ich hasse mich, ich hasse alle, ich hasse den Boss. Ja, ich hatte ja auch das Problem und ich hatte jetzt zum Beispiel bei diesem Tentakel-Boss. Ja. Da hatte ich ja auch wieder das Problem mit dem Durch-Tabben, da habe ich dann aus Versehen den Boss gespottet und dann einmal steht der Boss bei den Ads, die Ads werden geboostert, äh, geboostert heißt es. Geboostert, junger. Ja, so, die wurden geboostert und so, hast du nicht gesehen, die haben halt mehr Schaden gemacht, schneller Damage rausgehauen und das war graus, Alter. Und ich dachte so, scheiße, das könnte der First Try sein und ich verkacke das, weißt du? Einfach den kompletten Raid gesprengt, weil eine Sache nicht geklappt hat. Richtig, richtig, richtig. Das ist so heftig. Genau. Und, äh, naja, wir hatten das halt auch schon öfters, äh, ähm, bei manchen Tris und so weiter, wo wir gesagt haben, das war bis zu diesem einen Punkt lief der Try einfach perfekt und sauber. Nur ein kleiner Moment hat den kompletten Raid gesprengt und das ist halt heftig teilweise. Also wir haben die dann trotzdem noch äh, First Try gelegt, ne? Haben dann noch alle, äh, Arschpannen zusammengetriffen und dann ging es noch. Alles gezogen, es geht, jawohl, genau. Ja. Aber trotzdem, es ist schon ordentlich, würde ich mal sagen. Ist krass. Vor allem passiert sowas ja in der Regel, ich meine, es war auch, es sind jetzt mega warme Tage, ja, bei allen liegen die Nerven ein bisschen blank und so, da passiert auch mal ein Fehler mehr als sonst. Aber grundsätzlich passiert sowas eigentlich wie auch bei Eona, wenn wir T-Mock gehen, nicht in Gruppe 1 oder 2, sondern kurz vor Ende in Gruppe 4, ja, oder dann eben, äh, in der dritten Phase des Bosses bei 20% oder so, wo man dann denkt, ja, jetzt holzen wir durch, no, jetzt kriegt gerade der, der die Mechanik, der eine Sekunde länger seinen Arzt Retrait oder sonst was durchkanalisieren wollte und das tut immer so weh, ja, das tut immer so, so weh. Ich hoffe, weil ich es von mir auch selber kenne, dem Einzelnen noch mehr als der Gruppe, ja, dass man dann erst recht sich selber in den Arsch tritt und sagt, so, jetzt gebe ich nicht 100, jetzt gebe ich 200%. Und, das ist eben schön, aber das ist für mich auch Hero. Ich weiß nicht, was Musik dabei für mich wäre, aber das ist für mich Hero, dass du als Gruppe wirklich bestehen musst und dass da auch jeder funktionieren muss, vom Schaden, vom Movement, vom Bossverständnis und so weiter her, ja. Und, äh, da ist eben das Wetter auch ein kritischer Treffer dann gerade bei den neuen Bossen auf Hero, wo er oft eine Mechanik dann stärker trifft oder sogar eine neue dazukommt und Leute fangen dann an und eigentlich gute Leute fangen dann an, Grundmechaniken zu verreißen und da ist auf Hero ja so, dass in der Regel nicht nur du stirbst, sondern auch jemand, der dir mit der Mechanik helfen wollte oder jemand, der in der Linie stand oder so, weil er alles viel härter trifft und dann reihst du quasi durch eine Sekunde der Unaufmerksamkeit so ein Loch in den Raid, dass man das nochmal machen kann. Das, das ist das Auto, das ist Hero für mich im Grunde, ja. Und das finde ich immer wieder schön, das neu beobachten zu können und macht auch nach, ja, es ist irgendwie blöd zu sagen, es macht Spaß, aber es würde halt was fehlen, wenn es nicht so wäre manchmal, ja. Ich erinnere mich an unsere glorreichen HFZ-Seiten zu WOD bei fucking Xulurak, der so eine ähnliche Mechanik hatte wie der erste Boss momentan, wo du nämlich verschiedene Voids hattest, nämlich es waren grün und lila. Das war so ein, ja, so ein Legionsgemisch irgendwie aus Void und Leere, so ein Experiment. Und die hast du abgelegt und Spieler hatten unterschiedliche Farben, so ein bisschen auch von der Maite im Grab mal mit dabei und die Voids sind gewachsen und durften sich aber auch nicht berühren, sonst gab es jedes Mal AOE. Sobald diese Farben irgendwie berühren, das heißt, du musstest die Spieler koordinieren, du musstest koordinieren, wo die Voids abgelegt werden, musstest koordinieren, in welche Richtung die Voids dann wachsen, dass du nicht so viele Explosionen auf einmal hattest und so weiter und so fort. Du musstest irgendwie noch mit Ads was zurechtbiegen und so weiter und so fort und das war völliger Wahnsinn und da hatten wir teilweise Vibes bei 0,3 Prozent, einfach weil wir zu lang gebraucht haben und dann der ganze Raum in die Luft gegangen ist und das einfach nicht mehr zu managen war. Die Voids haben sich dann irgendwann mal, die sind ja, wie du es ja gesagt hast, gewachsen und dann haben sie sich dann halt irgendwann getroffen. Ja, das ließ sich eben nicht vermeiden. Nee, du, das Problem ist, wenn du das vermeiden wolltest, musstest du halt eine Person sprengen lassen, die dann Deaths hatte und hast du nicht gesehen, damit sie das noch überlebt und so weiter und wenn das aber dann zu viel wurde, weil wir zu lange gebraucht haben und so weiter und so fort, dann hattest du da nichts mehr, gar keinen Platz mehr und dann ging alles hoch. Ja, es war eben unglaublich viel zu beachten, auch als Einzelner, aber auch als Gruppe oder Raidleiter, weil du brauchst das Platz, du darfst aber nicht zu viel Platz haben, dann musst du gucken, ob jeder anders richtig abgelegt hat, dass wenn du sagst, wir sprengen jetzt vorne nicht hinten, die Voids automatisch zusammenlaufen und explodieren und das war wirklich schlimm und da war ich auch kurz davor, mein Headset aufzufressen. Noch schlimmer war, glaube ich, nur Killjaden, der ja wirklich, und das sagt, glaube ich, Blizzard auch selber, Overtune des Jahrtausends war und äh, äh. Also am schlimmsten bei Killjaden fand ich immer noch dieses randommäßige, wenn die Voids kamen und so, das war immer am schlimmsten. Dann hast du dich versucht zu orientieren, bla 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 bla, und dann kamen die wieder komplett woanders, du kamst da nicht mal ansatzweise hin, dann hatte der, der in der Nähe ist, schon einen Stack, dann hätte der sich geopfert, Problem ist, du brauchst aber den Damage noch und so weiter und so fort, also es ging hinten und vorne, alles bei uns nicht auf da damals. Ja. Also das war richtig krank. Das war, in den Phasen, wo diese Voids kamen, das war immer am schlimmsten. Wenn einer nicht reingestanden hat, dann hast du halt die komplette Gruppe damit gewibelt. Ja. Ein einziger kam halt nicht ran, weil er von der einen Ecke zur anderen hetzen musste und äh, ja, und dann war vorbei, ne? Aber das, Sehr schade. Von dem Kaliber war für mich auch echt ein Endboss. Ich meine, der hat am Ende echt keinen Spaß mehr gemacht. Wir waren alle komplett am Arsch. Leute, die sonst irgendwie, äh, First Try Mage Tower Challenge mit 300er-Gil gemacht haben oder so, keine Ahnung, sind da heulend zu ihren Muttis gerannt, so nach dem Motto. Ja, Ja, also das war, das war echt Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn und so lange haben wir, glaube ich, an keinem je wieder bisher geknabbert. Ja, deswegen habe ich auch mit eingeworfen, dass ja sowohl Blizzard als auch die ganzen Messe-Tinies und sonst wer, wenn die mich nicht irre gesagt haben, äh, der ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu krass gescaled gewesen, ja, weil bei dem hingen ja viele wirklich sehr, sehr lange. Ja. Und, ja, nichtsdestotrotz hat es uns halt nicht geschadet, ja, wenn ein Boss jetzt unbedingt schwer ist, nerven kann man immer noch, auch Achara wurde jetzt ein bisschen justiert und die ganzen Top-Gilten hängen ja auch irgendwie bei 50, 60 Prozent und so weiter, es gibt ein bisschen Kritik hier und da, aber, äh, keine Ahnung, das ist für einen Endboss und das ist für fucking Achara, glaube ich auch, also ich sehe da gar nicht das Problem da, ich verstehe das Gemecker gar nicht so auch, ja, zu sagen, boah, der Endboss ist zu schwer, der liegt jetzt mal nicht in 100 Trice oder so, ja, sondern wir müssen jetzt auch erst nochmal Gear sammeln, und dann ist halt echt ein kleiner Gear-Blocker mit drin und so weiter. drei Wochen Gear-Farm und so weiter, dass man den irgendwie ansatzweise Damage-mäßig hinbekommt. Ja. Wenn natürlich alles einsatz, äh, einwandfrei gespielt wird, dann, äh, einfach vielleicht zu lange gebraucht wird, um dann halt wirklich zu sagen, okay, jetzt machen wir alles klar, wir holen uns Gear und dann haben wir auch den Damage, um die Phase, äh, abzubrechen, die zu lange gedauert hat, die uns kaputt gemacht hat. Dann ist das halt mal so. Wenn man wirklich es schon so drauf hat, so, ich glaube, ich denke mal, oder ich weiß es nicht ganz genau, ich hab nicht so oft oder so häufig, äh, ein Boss gefaltet, wie die Jungs hintereinander weg. Ähm, aber, ähm, wenn man das jetzt so heftig eingespielt hat, und man merkt, es fehlen noch 10% an Damage, die wir jetzt nicht rauskriegen, wir müssen einfach darauf gucken, Blit Raids noch machen, äh, das Herz hochbringen, was man halt überall nebenbei noch machen kann, müssen wir jetzt machen, das machen die ja auch, das kann man ja auch bei Skoda die ganze Zeit sehen, dass er jetzt zum Beispiel sein Herz wieder pusht, weil er zu Rit World Quests aufploppen und so weiter und so fort. Genau. Ähm, ja, man muss sich um jeden Prozent irgendwie drum kümmern und dann kommt man so weit, dass man nur noch 9% hat bis zur nächsten Phase und so weiter und, äh, das dauert dann halt mehrere Wochen, bis auch das Gear da ist, wir müssen ja davon sprechen, wie die versuchen jetzt gerade den Endgame oder den Endboss zu legen, ähm, oder waren schon da teilweise mit 420er GS, das heißt, das letzte, äh, mythische Gear, was man da hatte, oder, äh, ähm, Titan geschmiedete Gear, jetzt haben sie natürlich ein bisschen mehr, aber, äh, immer so nach und nach natürlich und, äh, das ist natürlich, ja, weiß ich nicht, dann dauert das halt mal bis man, was haben wir jetzt, 440 ist mythisch plus Weekly Kiste, wenn man 440 hat, 440, ja, genau, dann ist es vielleicht auch was anderes, dann kann man auch die Phase, die einen jetzt natürlich aufregt, schneller Down kriegen und, äh, die nächste Phase aktivieren oder so. Ja. Es ist eben wirklich ein Endboss und, äh, von daher finde ich das, wie gesagt, auch voll okay und eben, das ist eben, wie ich eben erklärt habe, was Hero für mich ist, ist das für mich mythisch, ja, es geht um diese kleinen Prozente, es geht darum, bis ins Müh genau, am besten das Gear zu scalen und aufeinander sich zu verlassen und einzuteilen und hin und her, da muss eben wirklich alles perfekt laufen, ja, wenn wir mal irgendwie sagen, wir brauchen hier jetzt jeden in diesem Fight und es kippt mal einer um und wir haben keinen BR mehr, dann können wir das auf Hero vielleicht noch gerade so hinbekommen, aber wenn auf mythisch eben einer verkackt, ist halt einfach sofort Endstation, dann kannst du es vergessen, ja, und das, finde ich eben, sollte auch wirklich so sein, wobei ein, in meinen Augen, nicht völlig unberechtigter Kritikpunkt, tatsächlich auch zu mir vorgedrungen ist, und zwar auf Seiten von Limit, wo mir allerdings auch direkt versichert wurde, dass die wohl immer ein bisschen rumheulen und die Leute, die da die Beschwerden einreichen, auch ein bisschen strange sind, ich habe keine Ahnung, so sehr bin ich da ja auch nicht in diesem Kosmos unterwegs, diese Line-of-Side-Mechanik bei den Ads, so, wo du immer gucken musst, am Anfang, genau, dürfen die sich sehen oder nicht und die wechseln das immer, ja, und dann musst du eben die so ziehen, dass die es entweder tun oder nicht, sonst kriegen die einen entsprechenden Damage-Buff und das ist echt nicht gut für die Tanks, das macht wirklich dolle Aua. Ja, das stimmt. Und da gab es so Beschwerden, dass das für einen Endboss, gerade in dem mythischen Modus, nicht gut ist oder eine schlecht gewählte Mechanik, weil die eben schwer zu perfektionieren und nicht genau angezeigt werden kann. Sprich, es gibt jetzt keine, weiß ich nicht, oder stützenden Weak-Auren oder es gibt jetzt keine genauen Ansichten, wo jetzt wirklich der Line-of-Side-Punkt ist, dass sie sich eben sehen oder nicht mehr sehen und solche Sachen, ja, und da kann ich sagen, okay, das verstehe ich, weil wir eben auch gesagt haben, es geht um Perfektionieren, es geht um die kleinen Fakten und wenn du da wirklich einen Faktor hast, gerade auch am Anfang, ich weiß nicht, ob im mythischen dann auch im späteren Verlauf nochmal oder so, aber was es eben verhindert, dass so perfekt bis zum geht nicht mehr einzutrainieren, einzuspielen und einzuteilen, da kann ich sogar verstehen, wenn die sagen, das ist jetzt nicht die beste Mechanik für so einen Endboss. Ja, aber wo Line-of-Side, weiß ich nicht, das sagt doch, beinhaltet doch alles, dass ich den hinter einer Wand verstecken muss, damit sie sich nicht sehen. Ja, aber du hast eben keinen genauen Punkt oder so oder kannst du es auch, weiß ich nicht, mit Addons nicht bemessen, wie gesagt, mir wurde das auch nur erzählt, dieser Kritikpunkt, Grüße an Firefrog an dieser Stelle. Also meinen Sie jetzt zum Beispiel, ich stehe jetzt hinter der Wand, will den aber nicht hinter, oder diesen Pfeiler, in dem Bossfight gibt es ja mehrere Pfeiler, will den aber nicht mittig des Pfeilers haben, sondern weiter nach links oder nach rechts jeweils, damit ich schneller wechseln kann oder so weiter und so fort. Zum Beispiel, so, wo genau ist die Grenze? Okay, so dann ziehe ich den immer Millimeter weiter, Millimeter weiter und bumm, dann sehen sie sich oder sehen sie sich halt nicht auf einmal doch und hast nicht, ja gut, okay. Genau, dieses Prinzip quasi. Ja, genau. So, und da kann ich sagen, okay, ja, also ist jetzt kein Grund, mega rumzuheulen, weil ist ja jetzt auch nicht, wie du gesagt hast, die super unverständliche, schwere Mechanik oder so, und dann muss man halt die Phase halt wirklich so spielen, dass man halt nicht den Millimeter rausholen kann, sondern mittig der Wand stellen und mittig den Pfeiler stellen und abwarten, bis sie halt sich wieder sehnsüchtig lieben, die beiden. so sweet, Alter, so sweet. Ja, aber das nur zu so einem Punkt, wo man durchaus, in meinen Augen zumindest, wenn man sich da reinversetzt und das beachtet, was wir eben quasi beschrieben haben für den mythischen Modus, kann man stellenweise nachvollziehen, finde ich. Nichtsdestotrotz, in der Mechanik, vielleicht ist es genau auch das, vielleicht ist es einfach ein Endboss, den man eben nicht bis zur Perfektion komplett super einspielen und einteilen kann. Vielleicht muss es das auch mal geben, keine Ahnung, ja, wo du eben nicht die Phase 1 super sauber spielen kannst, sondern auch drauf hoffen musst, dass jetzt die DDDs den Schaden trotzdem gesplittet bekommen, dass ja Shadow trotzdem multidotten kann, dass ja Hexor trotzdem seine Sommelte Blitze und so weiter. Bei Killjaden auch schon. Wenn ich jetzt die erste Phase mir angucke, ich kann jetzt bei Ashara, ja, ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, jetzt bin ich Line of Side oder nicht. Ja. Bei Killjaden war es doch genauso. Ich konnte nicht zu 100% sagen, wo kommt der nächste Void, wo ich mich reinstellen kann. Das stimmt. Wenn ich jetzt mich positioniere, was weiß ich, ganz rechts auf der Bahn, ganz rechts in der letzten Ecke, weil ich diesen Bereich abgreifen möchte. Ja. So. Auf der genau gegenüberliegenden Seite kommt jetzt aber eine Void, wo kein anderer mehr steht. Alle anderen hatten einen Debuff und die, die keinen Beliefer hatten, hatten schon eine Void oder es stehen schon in einer Void und ich bin jetzt der Einzige, der da irgendwie ansatzweise hinkommen muss. Das kann man doch nicht berechnen. Das kann ich nicht perfektionieren. Das muss ich reagieren. Und das ist doch dann genau das Gleiche wie bei Asshara. Richtig, richtig. Aber vermutlich ist es ja dann in diesem mythischen Bereich so, dass du einfach wirklich um jede Sekunde, wo du nicht sofort reagieren musst, also das, ich gehe mal davon aus, dass genau das der Punkt ist, den sie da eben kritisieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass du in Mythe schon genug zu tun und bist eben froh um jede Mechanik, die du dann sauber eingeteilt einfach spielen kannst in solchen Momenten. Natürlich, natürlich. Ich wollte jetzt nur den Vergleich irgendwo haben, wo wir das schon mal hatten bei einem Boss oder so. Absolut, richtig. Und genau darum geht es ja. Darum ist ja auch dieses langsam Prozent für Prozent Randtasten, ja jeden Prozent neu gucken, wo steht jetzt wer, wer kann kicken, add- oder Boss-Fokus und all solche Sachen. Ja, und so kommt das dann ja letztendlich auch zusammen, ja, dass wir das auch mal besprochen haben. Also da gibt es auch Tendenzen, die sagen, ja, vielleicht ist diese Mechanik nicht ganz so gut und Achara ist ja auch eine mechanische Bombe, sage ich mal. Ja, also was da ja alles passiert und wirklich auch für jede Rolle, ja, allein was wir als Tanks mit dem Add positionieren und abspotten, hin und her ziehen, hier gucken, da gucken, stunnen, hinter die Säule, zusammenstehen, auseinander. Also ist ja jede Rolle stellenweise gleich bedient über dieses Zusammenstehen, sonst was, über die Befehle oder aufs Add achten und so weiter und so fort. Und dann hat jede Kernrolle, sprich Heiler, Tank, DD, nochmal auch eigene Zusatzmechaniken, auf die geachtet werden muss, natürlich ganz abgesehen von normalen Abspotten und hier mal ein Heiler, CD und solche Sachen. Also, wie gesagt, kann ich schon ein Stück weit auf jeden Fall nachvollziehen, aber du hast mit deinem Beispiel auf jeden Fall auch recht in meinen Augen. Von daher, ja, wenn es denen so auf den Sack geht, sollen sie die einfach umhauen, oder? Was soll das? So, easy. Wenn sie den Boss nicht leiden können, holen sie sich halt den Kill und fertig so, was soll das Gejaule. Freunde, Wahnsinn. Wahnsinn ist auch, ich mache gerade eine Candy Crush Welt Quiz und die Animation der runterfallenden Steine ist einfach gepatcht worden und die ist jetzt tausendmal smoother, Alter. Richtig smooth. Die fallen viel, oder ich weiß nicht, meine Festplatte ist auch fast voll, mein WoW hat sowieso gerade die ganze Zeit rumgespackt, auf dem davon abgesehen. Ich muss mal wieder Mad Moments schneiden vorne, es wird langsam voll und die fallen viel, viel sauberer, Alter. Es ist wirklich wunderschön mit anzusehen, nur bringt mir das leider nichts, weil ich nach wie vor kackunfähig in diesem Spiel bin, aber, ne, es ist schön, Alter, es gibt Hotfixes bei den wirklich wichtigen Punkten, weil sich Leute beschwert haben, dass Candy Crush nicht flüssig genug runterfällt, Alter. Dazu sage ich jetzt. Geile Sache. Ja, du machst das ja eh mal alles First Try, das ist ja im Grunde wie Urlaub. Gibt es so noch Bundeswehreinstellungstests auch, wo man zum Beispiel Candy Crush für die Reaktion spielen muss? Ne, aber ich musste zum Beispiel, obwohl ich es noch nie gemacht habe, Morse Codes raushören. Oh, okay. Ich war ja Fernmeldekräfte und beim Einstellungstest, als ich mich bei, also einen Dienstgrad höher beworben hatte, hatte ich zum Beispiel Morse Alphabet, wurde mir gezeigt, das wäre, der Ton ist dieser Buchstabe, der Ton ist dieser Buchstabe und der Ton ist dieser Buchstabe oder dieser Reihenfolge der Töne. Ja. Und ich musste dann, musste eigentlich nur noch anklicken, ob es jetzt A, B oder C ist. Okay. Nur, es wird gar nicht mehr ausgebildet. Morse Alphabet wird halt nicht mehr ausgebildet in der Bundeswehr. Na, danke. Und dann stellen die mir so eine Testfrage. Ich dachte, was soll der? Ey. Das hörte mir auch keiner beantworten, weil die Testfragen wurden wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr geändert oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber, ja, einfach um das Gehör. Ob du dann ein vernünftiges Gehör hast, dass du das alles realisieren kannst, was da gerade passiert und so weiter. Ah, ja. So, wir hatten jetzt zum Beispiel im Flugfunkbereich, mussten wir auch mit den Piloten funken und so. Mussten halt alle Informationen halt aufschreiben, die unten rüberkamen. Aber nur die wichtigen. Ich sollte ja jetzt keinen Aufsatz schreiben. So, dann sitzt du da auch und hörst ihm zu und Prinz ist alles mit, was wichtig war. Startzeit, Landezeit, bla, 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 bla. Wo es hingehen soll und so. Ähm, da musstest du das halt auch schnell machen. Weil du musst ja fertig sein, weil wenn du jetzt deine Informationen weitergibst, die er angefragt hat, musst du ja auch noch nebenbei raussuchen und so weiter. Also die Schnelligkeit war gefragt. Das heißt, diese Fragen, diese Morse-Code, der rüberkam, den konntest du zweimal insgesamt hören. Danach musstest du in einer bestimmten Zeit die Antwort geben. Und das war's. Schnelligkeit hören und reagieren halt. Krass. Oder diese Informationen verarbeiten. Deswegen haben sie es wahrscheinlich noch drin belassen. Würdest du all diese Worte auch nutzen, um dich heute zu beschreiben im Joballtag? Nö. Nö, Freunde. Es sind diese Statements, die das Leben lebenswert machen. Fetty. Nö, Alter. Bin ja jetzt auch kein Soldat, ne? So. Ja, aber im Herzen, oder? Ach. Die Minigun im Kofferraum und so weiter. Alter, hier ist gerade ein Eulenrudel. Das muss immer sein. Ja. Schuh, Schuh. Schuh, ja. Uh, geil, Alter. Richtig nice. Bevor wir uns fragen, liebe Leute, ob das jetzt Schnee, Eulen oder Uhus sind oder ob das nicht dasselbe ist, würde ich sagen, wir sind wieder am Ende einer wunderschönen Folge gewesen. Ich habe gar keinen Plan, über was wir alles gesprochen haben. Was? Was denn? Ein Thema müssen wir noch ansprechen. Ja? Ja. Dann tu das bitte. Das Thema, was du im Hintergrund versuchst, gedownloadet zu bekommen. Ach, ah. Ja. Sehr gutes Thema. Sehr, sehr richtig. Ich wollte zwar gerade sagen, ich hole jetzt erstmal meine Schuhe von Günther Jauch, aber bevor ich das tue, Freunde, ist das... Nee, Moment. Höchstwahrscheinlich die vorerst letzte WoW-Woche, denn wir haben ja neue Coop-Games in Aussicht und ihr wisst, die WoW-Woche kommt immer auch auf CastBox, was ja eine sehr beliebte Podcast-App ist. Wer das darüber nutzen will, kann das gerne tun. CastBox.fm, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben Wolfenstein ins Auge gefasst, hat einen Coop-Modus und im Folgenden haben wir ja auch schon gesprochen über Borderlands. Und natürlich, die Woche kommt immer als unser Ausweich-Laber kein Coop-Game am Startprojekt. Ja, ihr wisst ja, ansonsten haben wir ja auch schon Dead Space, Fear, Resident Evil, sonst war, nicht Borderlands, Far Cry und so durchgezogen. Findet ihr auch alles in schönen Playlists auf unseren Kanälen. Von daher, wenn es nächste Woche keine WoW-Woche gibt, dann gibt es höchstwahrscheinlich Wolfenstein. So, und dann mal gucken, wie lange wir wieder brauchen, dann wieder WoW-Woche als Überbrückung, Borderlands oder nicht, hin und her. Ne, das ist so das Prinzip. Das ist so, ja, das was so. Denkt bitte dran, Leute, und hört diesen Podcast, damit ihr auch wisst, dass nächste Woche dann höchstwahrscheinlich kein Podcast kommt. Ja, wenn irgendwer im Stream wieder fragt, warum keine WoW-Woche kommt, dann scheiße ich ihm ins Kopfkissen, weil er dann diese Folge nicht zu Ende gehört hat, Freunde. Von daher, checkt eure Kissen, das war dann nicht die Zahnfee. Wollte ich nur nochmal anmerken an dieser Stelle. Ich finde es auch schön, dieses Eulenrudel von diesen Multiboxers ist einfach hier geblieben die ganze Zeit, Alter. Schön. Das ist wirklich schön. Habe ich noch irgendwas vergessen, bevor du wieder Hustenanfälle bekommst? Äh, nö. Das war, das war wichtig und das ist auch gut. Das war wichtig, richtig und gut. Ja, liebe Leute, dann war es das wieder von uns. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und konntet einiges lernen. Das ist natürlich, wir sind ja Bildungspodcast, wissen wir. Und von daher bedanken wir uns bei euch, wünschen noch einen schönen Tag und hören uns dann in nächster Zeit, in welchem Format auch immer, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.